Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es kein richtiges Video, sondern ein kleines Informationsvideo. Und ja, es geht darum, um den gestrigen Stream und generell um Streams. Erstens, tut mir leid, dass der gestrige Stream nicht auf YouTube ist oder woanders ist. Tut mir leid, es liegt daran, dass man, äh, das, wie soll ich das sagen? Es liegt daran, wartet, lasst mal, wie heißt das nochmal? Es liegt, es wurde halt nicht richtig speichert und es gab solche anscheinend Urheberrechtsbeschwerden. Weiß zwar nicht warum oder wegen was. Und ja, das tut mir auf jeden Fall leid, dass der Stream jetzt nicht hochgeladen wurde. Es gab irgendwelche Urheberrechtsbeschwerden, aber das ist jetzt nicht zu schlimm, weil ich mache, Okay, ich schreibe das jetzt auch nochmal. Jeden Samstag, jeden Freitag kommt ein Stream. So, ich habe geschrieben, also jeden Freitag und jeden Samstag kommt ein Stream. Uhrzeit gebe ich danach bekannt, wann an den jeweiligen Tagen. Und ja, das war auch schon die kleine Information. Danke nochmal für die 700 Abonnenten, auch wenn wir schon so 30 jetzt haben. Also es ist immerhin 30. Vielen lieben Dank dafür. Das freut mich sehr, sehr. Ich bin, das freut mich wirklich, Leute. Vielen lieben Dank. Hier nochmal ein Herz. Achtung. Danke. Warte jetzt. Nein. Warte. So. Danke für die 700 Abonnenten nochmal. Auch wenn das schon lange hältst, trotzdem bedanke ich mich nochmal. Und ja, das war es auch schon mit unserem kleinen Informationsvideo. So. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Das war's. Habt noch einen schönen Tag. Und Tschüss.